moin leute willkommen wieder zu einem neuen tipp video ja zweimal hintereinander vor kurzem war englische woche ich bin ehrlich zu euch ich habe die englische woche sehr wenig verfolgt ich habe klar wolfsburg spiel angeguckt konferenz also nebenbei aber nicht richtig verfolgt gestern keine ahnung habe ich die konferenz zehn minuten verfolgt und dachte mir doch mal lieber schlafen wollte mal früher aufstehen spoiler ich bin um 12 uhr aufgestanden ja moin ich wollte früher aufstehen aber egal fangen wir an das war der letzte spieltag der hinrunde jetzt ist wieder die hälfte vorbei überraschend ging super schnell jetzt fängt die rückrunde an oder das erste spiel ist ja interessantes spiel borussia mönchengladbach gegen bvb eine frage an euch das erste spiel ist doch immer in der kommt in der konferenz aus der konferenz auf zdf oder aufs erste doch immerhin free tv kostenlos oder ist es jetzt nicht mehr so es ist so random ich meine es immer das erste hinten runden spiel das erste rückrundspiel und ein spiel was glaube ich man irgendwie aussucht ich oder ich glaube das letzte spiel in der hinrundensaison meine ich mal aber egal glattbach gegen bvb tippe ich mal ein 1 zu 1 freiburg gegen bvb der freiburg gegen vfb ein mini derby baden-württemberg derby ihr seid sicherlich experten schreibt mal gerne die namen des derbys in den kommentaren freiburg gegen vfb stuttgart hier ist mein tipp 2 zu 2 dann bayer leverkusen gegen wolfsburg ja bayer leverkusen wolfsburg waren anfangen die mannschaften die sehr sehr lange unbesiegt waren bayer leverkusen war ein spiel länger unbesiegt als wolfsburg also ich glaube bayer leverkusen hat jetzt mehr in der lage als wolfsburg in dieser saison ich meine drei und wolfsburg nur gegen dortmund und bayern münchen das ist schon stark dass wolfsburg nur gegen die beiden mal verloren hat ich wünsche mir sogar da wo es so geschämt ist das sehe ich sogar das sehe ich nicht nur als fern sondern das sagen sogar viele und das habe ich dass ich war überrascht wie das gesagt habe bei leverkusen klar sehe ich da besser aber ich hoffe da und wegen 00 raus 00 so dsc dsc ja dsc arminia bielefeld gegen eintracht frankfurt machen wir es kurz 0 zu 3 auch mainz gegen rb leipzig machen wir es kurz da ist es klar dass rb leipzig das spiel leider gewinnen wird mit 0 zu 3 augsburg gegen union berlin gickewitz trifft auf seinen ex klub die unioner wird leider ein ding kassieren bekommen 0 1 für die unioner aus aus berlin dann gehen wir zum westen von berlin hertha bs gegen werder bremen endspiel für bruno labbadia endspiel für florian kofeld das weiß ich wie es da geregelt ist da tippe ich mal ein 1 1 dann machen wir weiter nächstes spiel schalke 04 gegen bayern münchen brauchen wir nicht lange reden 0 zu 10 tisky hoffenheim gegen köln köln hat gegen schalke 04 gewonnen knapp irgendwie gewinnt immer köln gewinnt immer gisdol wenn er seinen hals schon in die schlinge hat keine ahnung immer was glaubt ihr bleibt gisdol bis ende der saison wie oft macht es noch ja dies gehofft ein gewinnt das spiel 0 zu 1 ja das war's mit spiel ich habe es ein bisschen schnell gemacht heute leider nicht so viel zeit ich habe aber wenigstens zwei videos schon ja vorgeschnitten vorgemacht ich muss die nur noch schneiden und die werden vielleicht die nächsten tagen kommen ja das war's mit dem video bis nächstes mal und ja tschau